Die Regierung verschärft wegen ansteigender Corona-Zahlen wieder die Maßnahmen. Am Samstagabend ist die Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf der Website kundgemacht worden. Seit Mitternacht von Sonntag auf Montag gilt österreichweit wieder eine Maskenpflicht in fast allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, sowie Verschärfungen bei Events und im Gastro-Bereich. Bisher hat die MNS-Pflicht nur im Lebensmittelhandel, in Apotheken, Banken, Tankstellen und den öffentlichen Verkehrsmitteln gegolten. Jetzt muss an folgenden Orten wieder eine Maske getragen werden. Im gesamten Handel, in der Gastronomie von den Kellnern, Indor dürfen Speisen und Getränke nur noch an Sitzplätzen genossen werden. Das Sitzen an der Bar wird wieder verboten. In Dienstleistungsbereichen mit Kundenkontakt, bei Parteienverkehr, bei Behörden, in Schulen außerhalb des Klassenverbandes. Weiters ist die Maskenpflicht auch auf weitere Bereiche ausgedient worden. So muss auch beim Besuch von Indoor-Sportveranstaltungen, Museen, Bibliotheken, Ausstellungen und sonstige Freizeiteinrichtungen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch in Schwimmbädern braucht man eine Maske, außer man befindet sich in der Schwimmhalle oder in den Duschen. Auch in der Gastronomie gibt es wieder Verschärfungen. Vom erstmaligen Betreten eines Lokals bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Kunde bzw. die Kundin gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner, ihrer Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Gleiches gilt beim Verlassen der Gaststätte. Die Sperrstunde bleibt bei 1 Uhr. Um künftig zu verhindern, dass in der Gastronomie die Gäste zu eng beisammen stehen, wird das Essen und Trinken dort nur mehr im Sitzen erlaubt sein. In der Verordnung spricht man von Verabreichungsplätzen. Allerdings gilt dort keine Maskenpflicht für die Gäste, sondern nur für das Personal. Als Alternative zur Maske bei Dienstleistungen werden in der Verordnung Plexiglasscheiben als Schutzmaßnahme genannt. Das bedeutet, dass an Supermarktkassen das Personal künftig nicht zwingend mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten muss. Veranstaltungen schrumpfen wieder. Events ohne zugewiesene und gekennzeichneten Sitzplätze mit mehr als 50 Personen in geschlossenen Räumen sind nicht mehr erlaubt. Im Freien ist bei 100 Personen Schluss.